Schau ihm an, schau ihm an, jawohl, 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 zandgemessert. Ja, servus Leute und willkommen zu einem weiteren Battlefield 4 Video. Wie ihr vielleicht gesehen habt es auf meinem Channel, ich habe auf Mafia wortwörtlich geschissen, weil Mafia 3 einfach, es hat mich einfach nicht packt, kotzt mich nur an, so viele Fehler drinnen, einfach ein erbrecherter Spiel, was soll's, wir spielen jetzt Battlefield 4, um uns ein bisschen auf Battlefield 1 vorzubereiten, dass er am 18. rauskommt. Wir spielen heute zusammen wieder mit dem, oh, warte, ich treffe ihn, einfach hinter uns, hinter uns, hinter uns, hinter uns. Ja, wir spielen zusammen heute mit dem, da draußen, Kämmer von anderen Gameplays von mir. Ja, wie gesagt, Pistol Match und bereiten uns ein bisschen auf Battlefield 1 vor. Bist du denn das, Andy? Ah, bist du wieder unten. Ja, wir sind jetzt, wie heißen die Scheißnöcke jetzt eigentlich? Savot 311 oder so, oh, da kommt einer. Nein, ich treffe ihn, ich hite ihn nur an, aber ich lege ihn nicht um. Hinten, hinten, wieder unten. Ah, nein, 38, keine Ahnung. Bleiben wir eh wieder unten, oder? Ja, das war's. Bin schon unten in der Ecke. Da kommt einer. Harin. Komm weiter zurück, ne? Ja. Ja. Da passt, wenn wir hinten wieder kommen. Immer wieder. Bist du schon hin? Na, aber passt. Na. Da kommt eine Stiegen runter. Aber wenn ein Zweiter kommt. Fabin. Oh, nein, das war schon ziemlich verkriegt. Boah, aber da kommen wir noch näher. Weißt du, wenn weniger los ist, also wenn du siehst, es kommen keine Gegner, wenn du kannst einen gut wiederbeleben, dann wiederbeleben. Dann siehst du ja beim Kreis, wie lange der noch voll ist, dann belangen wir noch Zeit aus zum Wiederbeleben. Und wenn du siehst, dann rennt er eh relativ langsam runter. Und wenn du siehst, dann lad, je nachdem, wie sie laden mehr auf, so kriegst du mehr Punkte und eher mehr Hälfte, dann schiebt er nicht gleich. Oh, da sind noch welche. Nein, nein, nein. Hinter uns, ich siehst einfach blind irgendwo hin. Granate, ich fress mich voll. Ja. Diese scheiß Blindgranaten, die sind so effizient eigentlich, das ist abnormal, oder? Ja, überhaupt da unten. Weil es da auch so extrem lange nichts ist. Das ist echt arg, wie effektiv das ist. Jawohl, habe ihn. Also einen. Da sind noch mehr. Das ist granate. Wo, 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 wo. Nein, ich hitte ihm nur an. Wow, wie viele sind denn das? Viele. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ich hole dich gleich wieder, warte. Bis da. Nein, bin ich schon wieder weg. Nein, ich habe einen, aber bin drauf gegangen. Aber es wiederbelebt mich auch keiner. Es sind einige Sunnies da, aber es macht keiner. Die checken das alle nicht, dass wir da wieder die Punkte zurückbekommen. Wenn die jetzt zum Beispiel 29 stehen haben und sie wiederbeleben einen von uns, steht dann wieder 28 da. Ja. Oh, ja, wieder ausgegangen. Ich bin hinter dir. Oh, von außen kommt einer. Ja. Jawohl. Wir haben die Führung übernommen. Ja. Ja. Ja, ja. 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 Ja, ja. Ja, ja. 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 Ja, ja. Ja. Noch einen, noch einen, noch einen. Nein, den letzten hat ihn nicht mehr erwischt. Ja, und er geht her, haben wiederbelebt alle, schau, er wiederbelebt alle und somit haben sie, ja sicher haben sie die ganzen Punkte und wir haben wieder nur 34. Das ist so behindert, weil bei uns keiner wiederbelebt, weil alle so behindert spielen. Ja, weil Egoisten spielen. Egoisten sind. Battlefield war und ist immer schon, oh, warte da ist einer, nein. Hab dich aber irgendeinen gerecht. Der spielt schon wieder mit der AEK, das sind solche Pisser, wirklich. Ja. Solche Superhelden. Richtig kleine Krippe Kinder. Na wirklich, geht das so morsch. Was ich jetzt hin und wieder mache, wenn ich daran denke, ist, ich am Anfang, wenn ich jetzt spawn, nehme ich die Hauptwaffe, schieße das Magazin leer, dann wechsle ich, bevor ich das neue Magazin reingebe, auf die andere Waffe. Somit, wenn ich meine leer geschossen habe, und ich wechsle da ja automatisch auf die Hauptwaffe wieder zurück. Somit kann ich dann mit dem nicht weiter schießen, vielleicht so unabsichtig einen Kill machen. So ein sozialer Mensch bin ich, ja. Ja, aber kein anderer macht das. Die anderen scheißen halt gerade. Wow, wow, da liegt ja noch einer in der Ecke. Das ist mit einer in der Stufe. Ich hätte gerne mal endlich wieder die Erweiterung, dass ich das größere Magazin nehmen kann. Also, wenn ich mehr Magaziner mit habe, nehmen kann plötzlich. Ich schaue lieber mal auf hinten wieder. Ah, da kommt einer von oben. Oben ist einer. Ja. Nein, bin tot, bitte wiederbeleben. Er rennt weit weg. Danke. Oh, schon wieder. Die scheiß Rauchgarnaten sind auch so extrem. Das ist überhaupt nicht. Ja. Da hat irgendeinen einen grünen Laser und er leuchtet durch diesen Rauch durch wie ein Scheinwürfer. Ja. Oh, das sind ein bisschen viele, Alter. Ich komme zurück, ich komme zurück. Hat nicht. Das gibt's nicht. Ich schieße auf den. Ich treffe ihn nicht einmal. Was soll denn der? Was soll der Scheiß? Hm. Ich schwöre dir, ich schieße ihn genau in die Fresse und ich treffe ihn nicht. Ich mache keinen Hit auf ihn. Das gibt's ja nicht nochmal. Meine Zuschauer, meine Zuschauer müssen das eh auch sehen. Das muss ich mir nachher selber auch nochmal anschauen. Das gibt's ja nicht nochmal. Wirklich, ich schieße ihn genau am Kopf. Ich glaube fünf, sechs Mal hintereinander. Ich habe keinen Hit gemacht. Kein roter Sting bekommen. Aha. So ein Hitmarker. Ah, scheiße. Ich bin da gekommen. Oh, was geht da? Da sind ja Urfile unten, oder? Jawoll, ein Kill gemacht. Hä? Einfach vormann mal rein. Da hat er gerade einen Kill gemacht. Ich sehe überhaupt nichts wieder. Nur Rauch. Oh, ihr da. Ja. Ich schieße eigentlich nur rein. Ah, kommt einer Shit. Ich bin tot. Na. Ich bin tot. 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 Schau, jetzt geht man schon wieder am Nerv. Jetzt gehen wir schon wieder mit der Schrotfinger rum. Ja, da einer auch mit der USA ist. Hey, ich bin Erster. Aber kein guten Start sein. Naja. Boah. Runterkunft Headshot geben. Ohne Anvisieren. Unten Sinnwächer. Nein! Schau ihm an! Schau ihm an! Mit der AEK legt er mich um. Ist nicht normal. Wiederbeleben will keiner. So ein Krippekind im 16. Ja schon wieder. M16 A4. Der andere mit der AEK 971. Was willst du noch machen? Wobei hin und wieder geht es sogar wirklich auf engen Raum, geht es echt, dass die Pistole stärker ist. Das sind viele unten. Verdammt, fuck. Geh zurück. Achso, du bist nicht bei mir. Das sind abnormal viele unten in der Mitte. Ja. Ja, noch eine Ende. Ja, noch eine Ende. Auf dem Weg! Ich schieße! Schau ihm an. Jawohl, aber ich habe diesen Pister da mit seiner neuen 71 umgelegt. Mit diesem Niederländer. Mit der Pistole einfach runtergekupft, um die Ecke gegangen und den Typen umballen. Aha. Aha. So ein Scheiß. Jetzt ist es glaube ich überhaupt nicht krank. Ja, naja. Ich bin Erster. Das reicht mir. Erster mit 15 EF2 ist nicht so super tolle Starts, aber es geht. Ja, passt, Leute. Danke fürs Einschalten. Wir sehen uns in der nächsten Runde. Ich hänge euch jetzt noch eine zweite Runde dran, aber ich erspare euch einmal da diese Zwischensequenzen. Wir sehen uns dann gleich auf der nächsten Map. Ja, servus, Leute. Da sind wir wieder in der nächste Runde. Von Pistol Match zusammen mit der Trousi. Ähm. Ja, wir sind jetzt auf Operation Spin oder Locker. Warum auch immer Locker genannt? Ich weiß gar nicht. Keine Ahnung, um die meisten eigentlich locker zu sagen. Andi, was hast du noch, oder? Was? Warum die Map auch Locker genannt wird. Nein, überhaupt nicht. Okay. Ja, wenn ihr es wisst vielleicht, wäre interessant, würde mich interessieren. Schreibt es mir in die Kommentare, bitte. Wow, da kommt keine Arten. Ich bin am Weg zu dir. Ist bei dir was los? Nein. Nein. Da schau, da musst du auf diesen Kasten schießen, dann schaltest du das Licht aus. Da wo ich stehe. Den musst du immer draufballern. Ah. Oh, da kommen welche. Ah, hinter uns. Schau ihm an, schau ihm an. Jawohl. 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 Zand gemessert. Oh, shit. Ich sehe überhaupt nichts. Kriegt Damage auch noch. Boah. Ich wollte eigentlich Messer vorbei und da schießen wir einfach. Ja. 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 Ich bin mir dagegen, soll er 57er irgendwas sein oder so. Welcher? Oh, 57er oder so irgendwas. Irgendwas mit 21 Schuss. Ja. Das war offensichtlich ein Sniper. Das heißt, ich kann nur ein Whisper und Point setzen. Aber habe keine Muni mehr. Dann komme ich zu dir. Oh, ich habe genau noch einen Schuss. Das ist eine Dreckschauer, mich erwischt. Ja, ich habe jetzt gerade dein Ding aufgehoben und habe dich mit deinen wiederbelebt. Wenn du wirst, kannst du aber deine Waffe zurückhaben. Ich nehme mir irgendwas anders. Ich nehme irgendwas anders. Wow. Du hast das ja komplett anders. Das ist schwierig, weil ich habe wiederbelebt auf rechts und du hast auf rechts aber Backel. Du hast ja auch wieder keine Munition. Sehen wir die nächste Waffe auf? Nein. Wollte ich aufheben. Das ist keine Munition mehr. Ja. Na gar nichts. Da liegt gerade wieder was. Überhaupt nichts mehr. Ja, warum geht das nicht? Was für Waffe spielst du da? Ich habe das gerade mit 13 Schuss. Kann das sein? Ist das der eine? Ja. Ja. Die CC 75. Okay. Da gibt es überhaupt keine Munition. Ich bin gerade draußen. Aber da geht überhaupt nichts ab. Ja. 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 Da gibt es solche Superhelden dabei. Das gibt mir echt einen Nerv. Wie sage ich immer. Der Sohn einer Mutter. Weil das andere Worte, das böse Worte darf man ja nicht sagen. Auch mal. Warum? Ja. Wo, wo, wo? Wo ist das scheiß Kunde? Ah ok, das ist auch Sanitäter, sehr gut. Der hat das so ausgerüstet wie ich auf rechts Defibrillator und auf links. Oh, ich habe keine Munition mehr, ich scheiß doch gleich drauf. Wieder eine Pistole aufgehoben, wieder keine Munition drinnen. Ein Magazin mit dem habe ich mich umgebracht. Mit dem habe ich mich noch umgebracht und dann wollte ich den nächsten aufhoben und das scheiß XM25-Typ habe mich umgelegt. Ein wenigstens habe ich jetzt wieder mehr einen in der Hand. Fack ich hier überhaupt nicht. Die von draußen kommen es glaube ich. Einen habe ich. Ich habe ihn noch erwischt mit der Splitter. Ich glaube da kommen noch mehr, kann das sein? Was sind denn alle? Ich weiß nicht, ich war gerade draußen und draußen sind es mir ziemlich am Sack. Also zwei Leute waren da. Uh, Munition, Munition, Munition. Da drinnen, irgendwo unten. Du musst dir noch ein bisschen schauen, wo deine Leute sind. Wenn du siehst, der leuchtet da oben das Hälftzeichen auf, heißt das, dass bei dem in der Nähe wahrscheinlich irgendwo ein Gegner ist und der ihn gerade angehittert hat. Hier ist dein Medi-Kit. Oh ja, mein Bogen. Oh geil. Den Bogen hatte ich umgelegt? Ja. Wow, ist aber gut. Ich wollte ihn gerade. Ja, ich wollte ihn gerade heilen, den einen. Okay. Aber wiederbeleben. Hier drüben ist deine erste Hilfe. Jetzt verlagert sich alles nach draußen oder was? Hm. Ich hab auch lustig mal draußen und dem begangen. Scheiße, es hat einen von uns erwischt. Muni wäre geil. Hm. Boah, der hat den abgestochen. Na, wie bitter. Wo sind sie denn? Da kommen sie. Ha, der wollte auf mich mit dem Quer losgehen, der Pisser. Jetzt schau, wie ich ihm schon wieder nicht triff. Arvin. Sehr gut. Jawohl, gerade noch der Wiesch mit der letzten Kugel. Sieben Schuss habe ich noch. Na, sicher nicht. Jawohl. Haha. Pisser. Hab ich ihm umgelegt. Sehr gut. So, wieder nächste Waffe aufgehoben. Wo bist denn? Tot. Wo war der? Hier ist dein Medikit. Na. Schon wieder tot? Es geht um die Ecke weiter und schießt wieder auf mich. Genau wo er mich wiederbelebt. Hol dir das Medikit. Nein. Ich habe gerade die Hauptarfe für den Typen in die Hand genommen. Den habe ich nur ein paar Mal in den Fuß geschossen und dann aufgehört. 16,1 habe ich schon. Bist du arg? Was geht denn jetzt da? Pssst. Eben. Du hast 6,5. Bist aber auch positiv. Sehr gut. Ja, ja, ja. Was macht man an einem schönen kalten Sonntag? Peter will zocken. Toll. Hey, ich habe ihm trocken. Oh nein, nein. Von der Seite. Wo, 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 wo. Da ist dein Medikit. Wie auf einmal schon wieder alle mit die Quer rumrennen und ballern. Ja. Es ist so ein, solcher wirklich Sparkus. Da gehe ich nicht auf ein bisschen mit. Was war das? Oh, mit dem Bogen hat er mich umgelegt. Wie geil eigentlich. Also Hut ab. Also das würde ich echt gerne freischalten. Ich muss schauen, ob ich auch einen Bogen habe eigentlich. Oh nein, schon wieder mit dem Bogen. Ich packe es nicht. Das ist eher für ein Rambo. Wie geil ist das? Ich will das auch haben. Ich muss einmal schauen, wie schalte ich den Bogen frei. Ich glaube, da muss man auf irgendwelche speziellen Karten... Den Shantum, oder? Mit dem Phantom-Protokoll, oder? Phantom-Protokoll. Nein, ich glaube nicht. Das Phantom-Protokoll habe ich ja die Stufe 1. Stufe 2 habe ich ja auch. Was, Alter, wir brauchen nur noch... Was? Wir brauchen nur noch 5 im 56. Aber... 5 und C 4. Ja... Nein, geh weg, neuer, geh weg! Oh! Nein von hinten kommt einer. Ja, wir haben trotzdem gewonnen. 160. Steht ganz gut. Steht ganz gut, ja? 80 would you have to be? Ist das nicht bei denen 94 standen? Nein, nein, das war bei uns. Ja, aber das war's, sage ich mal. Leute, danke fürs Einschalten. Da draußen hat sich heute mal relativ ruhig verhalten und keine Kinderschokolade gegessen. Nein. Na passt, wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke nochmal fürs Einschalten. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst mir ein Like. Ich freue mich auf jeden Fall darüber. Vielleicht fällt euch das ein, was mit locker gemeint ist, warum die Map spinnt. Auch locker heißt, ich weiß es leider nicht. Ja, auf jeden Fall, wir sehen uns beim nächsten Mal. Servus.